Die Telekom präsentiert die Highlights vom letzten Game und alle Spiele auf allen Screens. Vor allen Dingen er, Alex Renfro, war kaum noch zu halten. Er war unter der Woche in die Staaten geflogen für zwei Tage, weil seine Tochter zur Welt kam, sein erstes Kind, und er drehte richtig auf Renfro. Die Geburt seiner Tochter beflügelt ihn erst, der Dreier zum Ausgleich, 90 zu 90. Und dann achten sie auf Renfro, der jetzt hier gleich zupackt, sich den Ball schnappt und damit den Ball eroberte. Nächster Stil von dem US-Point Card, der überhaupt nicht mehr zu halten war. Und meine Wife. Aber ich empfehle die Unterstützung, die Fans, die Team, die Club, meine Familie. Everybody's been there for me. Man, I don't want to shed a tear. I'm about to, though. But I appreciate it, man. I just appreciate the support. And I'm just happy to be out here with my teammates. I'm just happy to be out here with my teammates.